Hallo, dies ist ein kleines Infovideo und es geht, wie ihr in der Überschrift schon sehen könnt, um einen neuen Livestream. Ja, viele von euch haben sich das ja gewünscht und auch ich hab wieder Bock drauf, oder ich hab schon immer Bock drauf mal wieder und deswegen geht es am Freitag um 20 Uhr los. Der Link zum Livestream wird in der Beschreibung sein. Wir werden Hunger Games spielen, eventuell sogar Team Fortress 2 in Minecraft, da muss ich einfach noch gucken, ob das dann alles mit dem Server läuft und so, aber es wird auf jeden Fall lustig, der Stream geht so zwei, zweieinhalb Stunden, mal gucken. Und es würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid, ich werde vielleicht einen Skin in die Beschreibung packen, den ihr euch alle holen könnt und so könnte man dann viel besser erkennen, wer zu wem gehört, also wer eben beim Stream mitmacht und eben in meinem Team sein will. Vielleicht nehme ich da sogar meinen eigenen, den hier, man sieht viel. Und ja, das wird auf jeden Fall ziemlich lustig. Wie gesagt, es würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sein würden. Letztes Mal hatten wir Andi 200, vielleicht bekommen wir diesmal sogar Andi 300, mal gucken. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Gut, dann war es das auch für dieses Video und wir sehen uns dann am Freitag um 20 Uhr.